Elisabeth Lilly Schaul Ihre erste Ehe geht sie im Mai 1921 mit dem Ingenieur Richard Bing, 1888 bis 1930, ein. 1926 wird ihre Tochter Susanne Bing, 1926 bis 1936, geboren. Sehr früh stirbt der Ehegatte 1930 im Alter von 41 Jahren. Ein Jahr später, 1931, geht sie ihre zweite Ehe mit dem Ingenieur Hans Siegfried Latte, 1897 bis 1938, ein. Nachdem sie 1934 über Frankreich nach Amerika emigriert wird die Ehe geschieden. Falsch ist die bisher immer behauptete These, dass Fritz Lang und Lili Latte gemeinsam von Frankreich nach Amerika emigrierten. Denn Fritz Lang kam bereits im Juni 1934 in New York an, Lili Latte kam im September 1934 mit dem Schiff Kamplein in New York an. 1939 wird er die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Auf ihren Einwanderungspapieren gibt sie an, dass sich die Tochter in Spanien, Barcelona aufhalte. Hans Latte geht mit seiner Stieftochter, welche jetzt seinen Namen trägt, nach Spanien. Die Tochter stirbt sehr früh, im Alter von zehn Jahren. Die Großmutter Valeska, welche sich Vali nennt, setzt ihre Todesannonce. Sie wird in Amerika noch einmal ehelichen im Jahre 1971. Den Regisseur Fritz Lang, 1890 bis 1976. 1984 stirbt sie in Hollywood. Dies sind nur grobe Auszüge aus dem Material, welches wir über sie gesammelt haben. Auf ihrer Geburtsurkunde wird sie als Lili noch mit zwei L geschrieben, auch auf den beiden Eheurkunden. Später ändert sie das erst, und schreibt sich mit einem L. Untertitelung des ZDF, 2020